äh Leng, was machst du da? Ich bin ganz uncool von dir und mit diesen spannenden und spaßigen Worten oh, Spaß äh, herzlich willkommen zu einem neuen Part von let's play, let's play, let's play, Zelda, Twilight, Princess wir sind in der Drillhöhle und haben Angst na, vor bösen Leuten die böse sind habe ich schon an, weh, dass die böse sind die sind ziemlich böse Moment, kann ich die? Kann ich die? Alter, ich kann die mit dem Morgenstern killen ich dachte, das geht nicht ich dachte, man kann die nur mit Bomben killen das ist super ähm, weil jetzt weiß ich Bescheid dass ich doch nicht Bomben verschwinden muss das finde ich sehr schön ähm, ja, im letzten Part sind wir in die Drillhöhle gegangen und wollen sie jetzt auch abschließen ist eine Gegnerhöhle also, ihr müsst eine ziemlich große Anzahl Gegner besiegen was wir das gerade finden und, dann kommt ihr zu dieser netten Person mhm, hallo und die wird euch dann folgendes sagen ich bin beeindruckt dass du es bis hierher geschafft hast um deine bisherigen Mühen zu würdigen werde ich die Feen in der Quelle von Eldin freilassen um weiter zu kommen brauchst du etwas, womit du leblose Statuen beherrschen kannst wenn du noch nicht bereit bist die Herausforderung anzunehmen und mehr Vorbereitung brauchst bringe ich dich zurück nach oben aber, wir brauchen keine Vorbereitung mehr wir haben uns sehr gut vorbereitet und das ist jetzt schon die dritte Fee, die wir sehen das heißt, es sollten eigentlich nicht mehr so viele Räume sein und, oh Gott das war unklug ich hätte die erst mal von oben wegkillen sollen ah, ah, ah Sniper ah, scheiße aber ich bin blödlös einfach auf Flows gesprungen ah, ah ja nein so der da vorne, der kriegt auch nochmal was in die Phrase das ist ins Auge mh scheiße, schluss der Tücker will was ah, noch eine Feder raus alter weißt du, was richtig uncool ist? du ha hier alter bin ich bin ich eigentlich komplett unfähig so du bist tot ähm Kopierstab ich weiß jetzt gar nicht, was ich genau mit dem machen ah den Schalter betätigen und den Schalter betätigen keinen von den beiden Schaltern betätigen keinen von den beiden Schaltern betätigen sehr schön ähm mh das wird witzig Hashtag nicht Feuer, 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 ich mag Feuer nicht Feuer ist böse äh, Feuer ist nicht böse kommt auf die Ansicht ja man kann generell sehr viel philosophisches Zeug über Sachen sagen generell man kann sagen wir können uns über gut und böse jetzt sehr lange streiten richtig gut und böse man kann es nicht unterteilen es kommt auf die Sicht an und wer fickt find ich das hier grad böse meine Sicht ist grad ein bisschen alter meine Sicht ist grad ein bisschen beschränkt alter dieser fucking Feuerdinger der ich hab eben schon ein bisschen überlegt ob ich vielleicht doch meine Magirus nur anziehe da hab ich dagegen entschieden ist noch was Federmaus ja nein keine Federmaus dieses komische Herzenhütting jetzt ist es nicht mehr hier was diese Tür ziemlich geil findet so wie es aussieht mhm OMG it's a thing it's a it's the four last ähm thing there alter bewegt dich bewegt dich denk bewegt dich denk nein ich möchte die Geisterseele abrennen ja alter ist echt uncool ja nein nicht dich alter moment die Spassen bringe ich erstmal bei uns da mit der Magieristung dann sieht auch ein bisschen awesome aus mhm bäm 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 ah ich hab schon gesehen dass der mich attackiert hat hat mich attackiert hat attackiert hat er mich was ich hab gar nichts gemacht er hat mich einfach angegriffen aus dem Hintergrund konnte nichts tun so das schneide ich nicht raus weil es mir egal sein wird ähm so jump sieben Minuten man alter ah eeeh moment moment war irgendwas richtig cooles alter nein ich will oh man gib mir first person ah fucking unsere Warenacken ich wollte eigentlich hier den roten Schleim Schleim einsammeln der hier eben war aber jetzt ist er halt nicht mehr hier ne weil eben ist Vergangenheit hm das war's oder ja ich spüre meine Weave-Mode vibrieren wenn die Weave-Mode vibriert oh Junge dann weißt du Bescheid dann ist deine Sache hier getan ah Arschloch nein 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 Moment 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 ich rauche da bäm bäm ah so jetzt bitte Ostermaus ziehen gut wollen ja nicht zu viel Geld verschwinden schaut euch das mal an wir haben schon 800 Rubine verschwendet äh ne ich hab 200 ich glaube nicht 800 na gut 100 110 109 109 Rubine ja aber das Geld hätte ich eh nicht benutzt die sind Arschlöcher da wenn du sich die Rubine doch gerne au au ist ein Arschloch stirbst ah ist auch ein Arschloch stirbst auch du bist sowas für ein Arschloch du stirbst erst recht war doch ein 10er und der ist wieder weg ja gut ähm ah oh Gott ah was war das das war eigentlich gar nicht so gut geplant aber hat funktioniert sehr schön meine spontanen Taktik zahlt sich immer aus die ist ziemlich spontan und taktisch zwei Sachen die komplett zueinander müssen ja bäm 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 oh Gott das wird scheiße äh ich hab ja nichts zu sagen aber Magirus tue und Alter ich will auch nicht den Scheiß was die haben Mann dreh dich im Kreis denk dreh dich dreh dich dreh dich dreh dich komm so sehr schön ah das Arschloch hab ich gehört stirb ist mir doch egal was ihr mit mir macht nein ich will den Typen da doch nicht treffen nein weg da weg da weg da weg da alter den da hinten den will ich treffen bäm so und jetzt nehm ich die Rüstung wieder weg oh Gott das war vielleicht nicht der Beste auch ist das noch einer scheiße hat sie mir steckt bis sie so ganz sneaky ist er aber nicht ah man ich schüttel hier wieder Meister aber glücklicherweise hab ich ja Übungen schüttel von daher ist das gar nicht mal so das Fälle Problem na komm stirb na sehr schön sehr sehr schön bäm bäm kommt nur alle her ne Volt oh Gott jetzt jetzt haben wir wenig Rubine seht das nenne ich wenig Rubine ich jetzt wird's richtig scheiße taktisch agieren Moment das hat er nicht gemerkt ich darf muss mir darf mir nur einen auf einmal vorknöpfen zum Beispiel gar keine gemeinsam ah ich muss nehmen einzeln so komm her na komm her Moment ich nehm mein Gewand wieder ab ich glaub das brauch ich nicht so ein schlechter Spieler bin ich jetzt auch wieder noch na komm her komm her ihr habt Zeit Alter der bestimmt hat der noch einen Geschütz was ich so gedacht scheiße der andere hat mich gemerkt er wird das wohl gar nicht mal so cool wie ich Alter ich hab Angst okay Magierüste 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 Alter das Problem ist halt auch wenn die ihre Rüste verloren haben sind sie nicht unbedingt ungefährlich Bäm 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 bist du tot? Na bist du nicht Arschloch Na störe Ha jetzt bist du tot okay jetzt hab ich nur noch einen Gegner das sollte jetzt leicht sein. Ich sollte nur nicht ausweichen. Äh. Oh fuck. Hast du dir gedacht? Du hast bedient. Okay. Keine Rüstung mehr. So. Ist wieder aggressiv. Der Moment, in dem sie keine Rüstung mehr haben, das ist der gefährlichste. Hm. Tiefkrieg, ne? Ja. Find ich auch. Find's nur schrecklich, wie manchmal die Kamera nicht mehr mitgeht. So. Der ist tot. Und der wird nie wieder die Sonne untergehen sehen. Wenn seine Sonne ist, wird er immer untergegangen. mhm. Die kommt nicht wieder hoch, damit sie wieder untergehen kann. Nein, nein. So, liebe gute Fee, zähl mir von einem Auaweh. Kann ich pusten? Wäre andersrum witziger gewesen. Ja. Okay. Äh, gut. Dann hätte ich auch Blasensacken. Okay. Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt, dass du es bis hierher geschafft hast. Um deine bisherigen Mühen zu erwürdigen, werde ich die Feen in der Quelle von Ranel freilassen. Um weiterzukommen, brauchst du etwas, womit du frei von Wand zu Wand fliegen kannst. Wenn du noch nicht bereit bist, die Herausforderung anzunehmen und mehr Vorbereitung brauchst, bringe ich dich zurück nach oben. Aber wir brauchen keine Vorbereitung. Aber wir würden gerne... Ja. Okay. Okay, das mit dem... Naja. Oh nee. Der Raum ist scheiße. Der ist richtig uncool. Erinnert ihr euch an diese Typen? Richtig, die waren scheiße. Denn wenn die erstmal bedient wurden, dann rennen sie rum und wollen einfach alles kaputt machen, was sie sehen. So, da, ich seh das, ich seh das, ich seh das. Da, da ist, ich hab kein Geld mehr. Oh, alter, gleich hab ich kein Geld mehr, Moment. Das darf nicht passieren, weil es gibt noch stärkere Gegner, glaub ich. Ich glaub, da kommt noch richtig... Ich glaub, da kommt noch der Zwischenboss von Kunula. Alter. Das ist, geh weg, Alter. Ah, 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 ah. So. Du bist besiegt. Alter. Die sind richtig arschig. Machen Teamwork. Kein Teamwork hier. Ich hab auch keinen Teampartner. Das ist ungerecht. Unfair, unfair. Nicht ungerecht, unfair. Ungerecht genau genommen auch, aber... Auf jeden Fall, unfair. Ah, fuck. Ich hab halt auch noch alle meine Suppen, also von daher. Das ist eigentlich gar nicht mal so das Problem. Alter. So, da. Hört ihr das? So. Vibriert etwas, wenn... Zwei Typen durchgedreht sind und mit ihren Hämmern auf den Boden... Hau. Glocken. Nur einer. Der ist noch ganz in Ordnung. Zwei. Oh Junge, da geht's los. Da. Hört ihr das? Das ist einer. Das davor waren zwei. So, jetzt erstmal was trinken, weil jetzt... Jetzt ist es sonst aus. Sonst ist es vorbei. Wollen ja auch nicht zu geizig sein. Ich mein, wir haben das so weit geschafft, ohne... Ein Schlückchen aus meiner... Pillizu... Äh, Pill? Aus meinem... Glas zu nehmen. So weit haben wir das geschafft. Da kann man sich doch... Oh, ich glaub, ich hab den Ton vom Kopfhörerlaute gemacht, ja. Da kann man sich doch auch mal... Ein Schlückchen aus der... Gunn-Ein-Suppe vom... Äh... Gunn-Ein-Yeti genehmigen, ne? Sollte einem erlaubt sein, tatsächlich. Dann sei einem das doch mal gegönnt, ja. Stirb, 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 stirb. Alter, was ist denn los? Ich seh da nicht mehr durch und du willst eigentlich nicht. Stirb, 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 stirb. Ah, fuck. Ja. Ah. Ich hab sie gegeben, aber das ist nicht gewöhnt. Jeder Ruppi ist kostenlos... Äh... Kostsam? Wertvoll. Wertvoll! Das war das Wort. Nicht kostsam. Wertvoll. Ich glaub, das ist jetzt eigentlich auch die letzte Etappe, ne? Und wenn wir die eigentlich noch relativ schnell schaffen, dann sollten wir... Den... Den hier... ...gemacht haben. Ah, 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 ah. Alter. Das ist richtig uncool. Ah, 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 ah. Alter. Mann. Ah, so. Ah, perfekt. Ich bin tatsächlich... Ich schwitze ein bisschen an den Händen. Die letzte Keisterseele. Und irgendwelche Assis. Das schreit doch geradezu nach diesem Gewand. Was sind das denn für Typen? Das sind die. Ach, die. Ja, die gehen doch. Nicht. Guck mal, das ist perfekt. Wenn ich den einschlage und meinen Schlag darauf den anderen abbreite, dann wird der getroffen. Das ist wenn ich tatsächlich ein bisschen... Guck mal, ich kann... Ich kann den so schräg schlagen. Wenn diese schräg schlägen. Ich kann den so schräg schlagen. Wenn die einfach getroffen. Oder einmal eine Würmer. Das geht auch. Moment. Wir wollen ja auch nicht zu viel über die Fliegen verlieren, ne? Ne. Muss ja auch nicht sein. Komm, Kaffa. Komm schon. Ja, hat er angere... Ah, ich hab's genau gesehen. Komm, wir überlaufen. Das geht nichts. Fuck. Alter, das war der perfekte Moment und ich hab ihn genutzt. Ich würde nicht... Also halt. Ha, jetzt, das war's. Und die letzte Geisterseele. Verfick doch mal. Es ist vollendet. Das erste Mal, dass ich alle Geisterseelen hab. Oh. Fuck yeah. Du hast sechzig Geisterseelen. Halb. Alter. Ich bin grad ein bisschen fröhlich. Alle sechzig Geisterseelen. Halb. Halb. Oh shit. Oh shit. Alter. Ich hab drauf gewartet. Scheiße. Genau wie der da. Aha. Alter, beweglich. Und erst mal, erst mal da den Typ der Hut. Ha. Wunderbar. Er ist es wieder. Ah. Ah. Ah, stirb. Nein, du sollst sterben. Nein, nee, schnell. Hol dir. Ja, dann zieh doch. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Rubine sind hier, in diesem Teil des Tempels, äh, des Spiels tatsächlich Gold wert. Also. Nicht nur Geister. Pures Gold. Sind wichtig. Äh, äh. So, ähm. Ist hier noch irgendwas für Kram für uns? Oh, was ist hier noch so? Kleiner Geschenk vom Haus. Grüß aus der Küche. Nee. Okay, finde ich scheiße. Oh Gott. Den Raum machen wir noch. Ich leg schon mal hier, äh, falsch. Falsch, 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 falsch. Ich leg schon mal hier Luxussuppe. Kann man hier schon irgendwas im Voraus besiegen? Nee. Aber wir werden auf jeden Fall die Magierrüstung brauchen. Ah, scheiße, das ist ja noch einer. Würde mich einfrieren. Ah, scheiße, das sind unsichtbare Viecher. Arsch. Ärschchen. Leute. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Nein. Ey, Arsch, kann man den einfach... Alter, so kann man den ja voll gut besiegen. Ich hab' ich tatsächlich nicht geglaubt. Ah, ist unsichtbar. Ach, okay. Ah, fuck, da hinten ist sie. Nee, doch nicht. Okay. Bin ich gut? Muss ich hier jetzt in die Uhr? Moment, Moment, Moment. Normale Rüstung. Und. Bäm. Ah, fuck, schnell bewegen, bewegen, bewegen. Alter Link. Mann, beweg dich, beweg dich. Nein. Ah, scheiße. Komm, so. Oh. Mein Gott, was ist denn los mit dir? Link. Oh, scheiße, meine Nase ist zu hoch. So, letztlich. Schnappen die alle ab. Das ist super. Das ist schon fast wie ein Hiro-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau-Wau. Jetzt wollte ich gerade in Ruhe etwas trinken, während da die Tür runterfährt und dann merke ich, ja, hier ist noch ein Usi-Lotspachtel. Oh, 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 oh. Der macht uns erstmal keine Probleme. Ah, Gott. Moment, 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 Moment. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Übermeine Attacke. Ah, 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 ah. Ah, Gott. Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst Ich hab Angst Geschafft Nein, falsche Taste Es ist keine Taste, es ist ein Knopf Nein, so Ah So, das soll es jetzt gewesen sein Jetzt kommt Noch ein Raum Na, wen hab ich denn hier noch nicht umgebracht? Hä? Ich hab Ballon gebraucht Was? Sag ich, dass es ein Glitch ist Alter Bring mich jetzt bitte nicht um Ich hab echt Angst Kann ich die Tür vielleicht so kaputt machen? Muss ich die selber aufmachen? Alter Nein Ich will das nicht Ich schwitze gerade durch die Hände Das ist schrecklich Nein Nein Das kann doch nicht wahr sein Was ist das? Ich will das nicht Ich will das nicht alles noch mal machen Ist da irgendwer? Ja Hallo Eingang Oh, verfickte Scheiße Nein Nein Sag Kann man das vielleicht Vielleicht kann man das springen Sagt mir, dass man das springen kann Ah, du verfickte Tür Ich bring dich um Ich bring dich um Ich will das nicht Ich will das nicht Ich will das nicht Ich bring dich um Ich will das nicht Ich will das nicht Ah! Oh, es ist staubig hier. Oh Gott. Aha. Ich will das nicht! Komm schon. Zeig mir irgendeinen Gegner. Ich bin gerade echt geschwitzt. Das ist schrecklich. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018